Hallo! Marhaban! Hi! Marhaban! Guten Morgen! Sabahul khair! Guten Abend! Masaul khair! Willkommen! Marhaban au ahlan! Schön dich zu sehen! Minajayad an narak! Wie geht es dir? Kayfa haluka? Mir geht es gut, danke! Anna bi khair, shukran! Und dir? Wa anta? Gut! Jeyed! Vielen Dank! Shukran jazilan lakum! Gern geschehen! La shukra ala wajib! Was gibt es Neues? Mal shay is jadid! Nicht viel! La shay! Gute Nacht! Layla sa'ida! Bis später! Araka lahiqan! Auf Wiedersehen! Wadaan! Bis später dann! Araka fi waqtin lahiq! Ich habe mich verlaufen! Anna ta'ih! Kann ich dir helfen? Hal astati'am musa'adetak? Kannst du mir helfen? Hal yumkinuka musa'adeti? Wo ist die Toilette? Aina da'ura tul mia? Geh geradeaus! Dann bieg links ab! Ith hab mubasharatan summa stadir ya saran! Geh geradeaus! Dann bieg rechts ab! Ith hab mubasharatan summa stadir ya minan! Ich suche Peter! Anna abhath an Peter! Einen Moment bitte! Lachza min fadlik! Bitte warte ein Moment! Raja an intadir! Wie viel kostet dies? Kam thamann hatha? Entschuldigung! Afwan l'tas'al an şeyin ma! Entschuldigung! Afwan l'tamur! Komm mit mir! Ta'ala mai! Stell dich vor! Qaddem nafsek! Sprichst du Englisch? Hal tattakallam l'inglisiyya? Nur ein bisschen? Fakat qalilan! Wie heißt du? Ma ismuk? Mein Name ist... Ismi... Herr... Asseyyed... Frau... Asseyyeda... Fräulein... Al-Anisa... Schön dich kennenzulernen! Tasharraf tu bimukabalatak! Woher kommst du? Min ayna anta... Ich komme aus Amerika! Anna min Amerika! Ich bin Amerikaner! Anna amriki! Wo lebst du? Aina taskun! Hat es dir hier gefallen? Hal yu ajibuka hunak? Amerika ist ein wunderbares Land! Amerika baladun raih! Womit verdienst du dein Lebensunterhalt? Mada ta'amal? Ich arbeite als Geschäftsmann! Anna amal ka rajul a'amal! Oh, das ist gut! Oh, hada jayyed! Wie alt bist du? Kam umruka? Ich bin dreißig Jahre alt! Anna umrii thalafina sena!